Hallo zusammen, wir sind hier auf diesen wunderschönen blauen Plätzen im Travalgon. Top motiviert. Top motiviert, am Einwärmen. Wir werden jetzt unser erstes Training machen. Wir sind sehr gespannt, wie es weiter in diesen Tagen verlaufen wird. Wir hoffen auf ein gutes Wetter. Wir sind sehr gespannt, wie es weiter in den nächsten Tagen geht. Bis zum nächsten Mal.